Jo, meine Starling-Freunde und herzlich willkommen zurück zu SkyWG, wieder mit den ganz Verrückten, mit dem Daniel, dem Stefan und den Grüß. Hallo und Dark. Gott'n Dark. Ja, was hat er rausgekriegt? Eine Flint, lol. Oh Mann. Könnte es wirklich mal machen, es regnet anfangen, das wäre nicht so... Das nervt gerade, das ist doch völlig unlogisch, dass es nicht regnet, sonst regnet das in Minecraft immer sofort, wenn man es nicht will, denn jetzt will man das einmal, jetzt regnet das nicht. Mir ist egal, ich mache Erde. Wir sind immer noch bei Tag 2, was? Ja, jetzt springt er auf Tag 3. Hm, Mitternacht, oder? Nee, nee, so. Chris, guck mal jetzt. Das sieht ein bisschen pervers aus. Ja, durchaus. Das sieht hier alles pervers aus. Oh, alter, der hat mich fast runtergeschubst. Dann bin ich aber nicht schuld, dann ist er Baum schuld. Dann wieder Halt auf den Baum schieben. Ja, der arme Baum, der kann nichts dafür. Was haben wir hier noch? Hier hinten muss noch irgendwas rein. No. Oh yeah. No. So. Wir brauchen unbedingt Regen, Alter. Ja, wäre nicht so unpraktisch. Weil, da können wir uns nämlich Clay machen, da können wir nämlich diese Fire Red Crucible machen. Dafür brauchen wir, glaube ich, 3 Clay-Blöcke. Oder warte ich schon mal. Ja, ja, ich weiß schon, wie das geht. Ich weiß schon, wie das geht. Alles hier. Ah, du weißt das, ja. Crucible. Oh, Regen, 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 Regen. Für den Crucible, weil dann müssen wir Porzellar machen, dazu brauchen wir noch Baumy. Worauskrieg, das bekommen wir, wenn wir DAST sieben. DAST. Ja. Okay. DAST. Alright. Soll ich mal, soll wir mal einen Regentanz machen? Aber ich überlege mir gerade hier was. Hm. Was ist ein guter Regentanz? Hier so, ah, Atem, los, du ich dir da. Da, 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 komm, Regen. Muhahaha, muhaha. Ja, da fliegt der Regen hier weg. So, ich hab' bekommen, ähm, wir, wir können Sugarcane anbauen. Ja. Und wir können, und wir können, und wir können Spruce anbauen. Ich hab'n Spruce anbauen. Spür, für, Spruce, Spruce, was weiß ich. Spruce ist halt, ähm, Nadelwald. Ja, genau, Fichte. Ähm, aber wir brauchen, für Sugar brauchen wir... Wasser. Ja, genau. Und Erde. Es gibt ja zwei verschiedene Sugar-Teile, aber ich glaub, man braucht für beide Wasser. Äh, da, Alka-Jobb im Internet, machen Leute. Sop, und wieder sechs Kobolds. Ja, wir können gerne mal Spruce anbauen, dann kommt vielleicht das woanders Holzwerk und dann der Regen. Ne Kobolds. Genau, die Bäume produzieren wir in der Regen. Mach mal andere Zweuser. Wo haben wir denn das, Spruce-Sabling? Also, Boden, wir kriegen mal aus, aus, aus Dust. Jo, hab, warte, ich schau' noch mal nach zur Sicherheit. Glaub' aber schon. Glaub' man die Kisten mal weiter? Ähm, Ex-Nihilo-Sieb, ja, wenn man das zieht, bekommt man Bommi und viel anderes Zeug. Und die Chance liegt bei 20% und wir brauchen sieben Bommi. Okay. Ja, egal. Und, warte, wir brauchen auch noch einen Clay-Bucket, also brauchen wir noch ein bisschen mehr Clay. Doch, oder? Brauchen wir. Um Lava zu transportieren. Da, 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 so langsam wird ja auch noch was anderes passiert. Ja, wir brauchen eigentlich jetzt oben, ab. Bitte? Gar keiner. Solltest du zu bleiben? Ja. Ja, warte, ich begeg mich mal nach oben. Hä? Ich habe das Feuer gefunden. Was? Da, da. Ich habe das Sky-Stone-Dust gefunden. Und dreimal Bone Meal. Okay, Bone Meal brauchen wir noch ein bisschen mehr dann. Genau, Chris, ähm, komm mal zu mir. Ja. Komm, lass, komm. Hinter dir. Wo ist denn da? Äh, äh. Ah. Hm, hm, hm. Michael. Pass auf, irgendwann haben wir alle Barrels voll und dann fängt es an zu regnen. Hm, ja. Wenn nicht alle Barrels voll machen. Klar. Die hier bleiben, bleiben leer. Dann kommt da Regen rein. Können wir mal ein bisschen... Wir haben genug Holz. Mach mal zur Sicherheit ein bisschen mehr DAS und mehr Barrels, also wenn es regnet. Weil ich weiß nicht genau, wie wir jetzt wirklich brauchen. Ah, so eine Geinwerbe wäre da so ein Eimer oder was, glaube ich. Ja, da brauchen wir halt Clay vorher, um einen Clay-Bucket zu machen. Ja, dazu brauchen wir erstmal einen Ofen, ne? Ähm, ja, wir haben das wirklich auch drin. Aber, brauch mal einen Haftslipofen, da sparen wir uns ein bisschen Stein. Nö. Nix. Dann gleich einen Redstone-Ofen, Alter. Nein. Was haben wir hier? Ähm, ich hab Tomaten. Tomaten. Ja, wir brauchen halt Wasser. Tomaten bringt aber doch nichts, wir haben auch noch kein Wasser. Wir brauchen für alles irgendwie Wasser. Dann kommt das denn mal Wasser. Einfach sparen und dann können wir es ja verwenden. Das kann doch nicht sein, dass es nicht regnet hier. Ja, wir sind dann Plains-Bium, da müsste es regnen. Das sieht man, das schaut so bescheuert aus. Das kann ich mehr. Das schaut so bescheuert aus, Alter. Ich kann nicht mehr vorlachen, ey. Weißt du immer, wie dumm das ausschaut, wenn einer neben dir ist, denn die ganze Zeit. Meine Herren, ist das heftig. 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 Schaut eigentlich aus? Ah, fertig. Sehr schön. Warum muss eigentlich immer ich die großen Bäume abbauen? Ja, weil du die großen Bäume auch mal anschauenst. Du bist der Spezialist. Der bestaigt die großen Bäume halt gerne. So. Ich brauche halt was zu essen, ich habe schon zweieinhalb Köln zu machen. Ja, mir ist doch Essen drin. Bin wieder mal der Praktikant. Ich habe auch noch sechs Äpfel, die habe ich alle zwei. Nicht, wenn du bist der Praktikant. Wie in L.S. ist das hier schon. Und bei meinem Schaum bist du mein Praktikant. Ja, genau. Überall bin ich Praktikant, bei jedem Projekt. Überall. Das verfolgt dich bis zu deinem Lebensende. Ja, genau. So ein bisschen holzlos werden. Müsste ich mich versungen in den Praktikant-LP. Wollen wir ein Ding bauen? Wollen wir eine Axt bauen oder wollen wir ohne Axt weiter machen? Für mich wäre eine Axt schon praktisch mit den großen Bäumen. Ich feuer das voll, ey. Daniel, willst du auch einer? Ja. Ich will auch eine. Äh, dieses Tool kann nicht alles minuten. Es kann nur für Krafting benutzen. Oh. Oh, okay. Das heißt, wir müssen vorher... Tinker's Construct. Sonsten können wir nichts behalten. Das ist halt eigentlich fast das selbe wie Grinske heißt. Ja. Oh, man. Wir können doch die Sachen dafür doch schon bauen. Nein, weil wir haben noch keinen Clay. Ja, doch. Aber wir haben ja auch schon nur die Sachen für Tinker's Construct. Wir haben aber Flint. Wir können eine Axt aus Flint machen. Ja, Flint können wir machen. Aus Flint könnten wir ein Axt machen. Und dann Lava und dann, ja. So, der große Baum ist, wäre jetzt wieder weg. Dann brauchen wir aber trotzdem erstmal, ähm, dazu brauchen wir trotzdem erstmal Eisen. Ja, eben. Das bekommen wir durch sieben und so. Eigentlich hier wieder ein Baum drin. Ben, schmacken. Ben, schmacken. Ben, schmacken. Wer hat sich ne Bank gebaut? Ja, er macht aber Ding, äh, er macht grad, ähm, das Tinker's Construct-Zeug. Achso. Ich hab so viel Holz. Hast du nicht noch einen Spruce, da? Nee, äh, einen Spruce-Samen hab ich. Achso, ja, das ist dasselbe. Wo ist denn da? Da. Ja, da. Den Samen. Dann brauch ich mal so einen Axt. Mach das. Gut. Genau, befrucht der eh mal. Der Bumpt ist Hanne. Der ist hartnäckig. Ja. Ich hab's gesehen. Kriegen wir da aber ein anderes raus? Boah. Irgendwas spannendes. Nö. Auch. Das ist genau das gleiche. Ich mach mir wieder ein paar Crooks. Äh, haben wir schon da ein Spruce-Sableign? Also so langsam wird das eintönig. Ja, das ist halt am Anfang normal. Hab ja hier schon einen anderen Baum hingesetzt. Äh. Ey, geil, ich hab ne Furnace-3D gebaut. Furnace-3D? Ja, ohne Scheiß, Furnace-3D heißt das Ding. Deko. Oh, was hängt da für Micha gelegt? Schau mal an. Oh, yeah. nein das ist da ist es gibt zum mod da sieht man was drin ist wahrscheinlich der mod da drauf das ist das ist nur der andere ist ein anderer mod ist wieder wirklich geil das habe ich schon mal gesehen richtig geil aus er macht mal ein bisschen kohlen können wir fackeln bauen und so ja dabei ich habe die föhntes 3d ich glaube nicht dass wir die scheiß geil aus geilo er kräftig immer den dörten auja gebe den dreck geben den dreck er hat er lieb den dreck es ist cool jetzt liegt um kohle drin voll geil das schaut echt geil aus älter was ist so ein mod das haben die wahrscheinlich da reingepackt und ich glaube es gibt hier gar keine normalen vernetzern oder nee ich habe normalen vernetz gebaut und der ist direkt umgewandelt in für uns 3d genau ja die normalen vernetz gibt aber der vernetz 3d ist halt drin besser als das automatisch ausgewählt dann das ist halt von und hier gibt es wirklich nichts anderes keine anderen inseln oder so die man entdecken kann dann wird schon langweilig die bilden sind die langweilig gerade mal 3d gemacht langweilig gelten naja hier mal bei dem tannenbaum der ist nicht so hartnäckig was ich habe ein gunpowder bacon dust what the fuck was hast du gunpowder bacon dust gunpowder bacon okay sowas kann man aus scharkoel alles machen fackeln weil der neue tag dann kann er mal einfach zu regnen ja eigentlich schon nach ja stimmt so viele tage haben wir noch nicht die seifer geht aber auch ziemlich langsam irgendwie eine vorhandene verbindung vom motos geschlossen und von server runter was echt mehr ja du stehst bei uns noch da der neue weg jetzt bist du da he komisch einfach weg gewesen ich glaube das aber mag ich nicht nirgendwo er möchte werden die erste flintachsdau mit der regen haben ja ich auch ich war das heute ab ihr könnt das andere machen schau mal dann du willst doch was anderes machen oder ich hab gunpowder bacon dust gerade in der da durch da hab ich die hingeschmissen alter also du warst bei mir grad voll am laggen ja du standest erst da und hab ich alles hingeschmissen und warst du weg ich mach mal die krux ich baue das holz ab ok alter wie viel hast du denn gemacht du spielst wo sind denn die fackels die exe level da auch oder ähm fackels jo äh theoretisch ja ich bin level 1 clumsy fackels das ist die fackeln ruhiger 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 ja hey baum ja eigentlich brauchen wir ganz so viel hell machen ne ist ja alles ok noch holz bekommen wir jetzt auf jeden fall mal schneller wiggel 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 ja ich finde aber trotzdem die anderen wollen wir besser ne geht da kommen wir jetzt die dinge raus ich hab 6 stück ja klar die anderen kann man auch in der sache werden wenn man das fand ich nicht ausfällig von mir auch in den behalten jemand in flägt und dann der präger überhalten wird noch mal genau da aber bei der Pläne die andere weiß ich kann nur wieder zu besiegen wieder die Höchstschung Warte ich mache wieder gehört kommen die Lagersystem in der Klappe die Gäste genau jetzt ja wenn wir mehr machen wenn wir ein paar Millionen Diamanten haben müssen ein Polaren die Größe müssen keine Kristalle zwischen das ist gut für zusammen aber alles er hier richtigen Sieg Kohle haben wir auch schon ein bisschen so ich bringe mal einen Apfel das sieht so bescheuert manchmal aus oh yeah das Ding den Hermesis Ding habe ich gerade schon nachgeguckt ja läuft ne du bist schon dabei dass du Pravengard das dauert ein bisschen ja aber ich habe schon mal nachgeguckt wo man wieder züchten muss oder sowas ähnliches das ist ja nicht das erste Eis sei denn bescheuert ist auf dem Weg die Lager ja für das ganze Holz was wir an Lager haben müssen wir in Lager haben damit wir das nicht immer ein tausend Kisten suchen müssen wir können aber aus dem Holz ganz viele Kisten bauen wir können aber aus dem Holz ganz viele Kisten bauen Alter wir ploppen direkt die nächsten Bäume hoch und 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 da damit damit eine Baumfahrt machen und 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 immer im Kreisrenzen ist und irre Alter was Hashtag Spiel wird er wir müssen wir machen ne nein gerne noch 15 Minuten äh 15 Minuten wir sind bei 15 Minuten so langsam können wir aufhören wir haben nur 15 Minuten nein noch nicht was haben wir denn eigentlich noch ein bisschen ähm das sieht im Ofen das schaut echt geil aus das sieht im Ofen das schaut echt geil aus ich glaube das werde ich bei mir als Handmüll machen ähm wir müssen auf jeden Fall hier hinten die Barrels leer machen weil nämlich in der Zeit wo wir ja nicht online sind kannst du trotzdem regnen mhm you know what I mean stimmt I know what you mean watcha 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 hat jemand noch ein zwei ähm Saplings jo zwei genau das ist klar ich hab auch noch zwei reicht's ach scheiße einer muss noch rein warte ich mach noch hu bleib wieder ein neuer worden ja so kann man das schon mal wieder durchsieben hier äh das haben wir gesagt brauchen wir ne müssen wir sieben aber ich würd ich würd viel lieber ähm erst mal Ding sieben äh Gravel ja dann siebe halt Gravel ja dann siebe halt Gravel weil du halt bei Gravel einfach höher die Chance hast dass du Sachen kriegst die du gleich brauchst weißt weil du kriegst dann mehr Eisen raus meint äh zumindest war das so vom Gefühl her immer so ja ja ist so weil du wenn du das dann halt wieder siebst dann bekommst du wieder mehr davon und du kannst immer weiter machen ja ich glaube sie darfst du noch mal einen Stein abbauen unter Digga sehr schön und sieben 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 schau jetzt hab ich wieder einen neuen Ding äh neuen ähm ähm ja wir haben wieder ein neues Flint dann können wir in die zweite Aktion Iron wer eine möchte warte mal Iron haben wir jetzt Zinn Aluminium auch noch mehr Kohle mhm so Holz bekommen wir sehr viel ja wir können sogar noch kurz zwei Aktion machen ist gut oh was ist das? ja ja und wenn du da vier stücke zusammenlegst kriegst du einen Konten so Alter wie die Bäume wachsen achso ja ich hab grad vier bekommen das passt doch genau in den Koppelstern legst du ihn wieder einfach hin und ich prügel ihn um hier Prügelmeister oh yeah ich dachte ich grad ich fall runter ich bin nur über den Block übergelaufen ja das gehen wir auch schon so ein paar mal dahinten so jetzt haben wir hier einen Nickel bekommen du wirst? ja ja einmal Daniel zweimal oh nackst hohohoho ja man ja man oh ja gut ich würde sagen wir immer den Part hier wenn es euch gefallen hat lasst ihr eine positive Bewertung da schaut meine Anna mal vorbei und schaltet vor allem morgen wieder ein wenn es dann wieder heißt die SkyWG mit den ganzen Chaoten hier mhm ich dann tschüss bis morgen tschüss tschüss Vielen Dank.